Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen werdet ihr Zuschauer auf rpgheaven.de zu Gregor's Gaming Gyros mit Terra Memoria. Ein Spiel, was euch nicht viel sagen wird, mir eigentlich auch nicht, weil es gerade frisch in der Demo zum Steam Next Fest erschienen ist. Allerdings, ich hatte einen Trailer vorher dazu gesehen und da hat es doch mein Interesse geweckt, denn ich wurde an schön gute alte Playstation 1 Zeiten erinnert, Playstation 1 RPG Zeiten, insbesondere ich habe einen ganz starken Breath of Fire Vibe bekommen durch den Trailer. Und ja, jetzt wo es die Steam Next Fest Demo gibt, ich muss mal gucken wann der offizielle Release ist, wir schauen mal rein und gucken mal, ob das vielleicht, wenn Capcom nicht in die Pütte kommt, eine schöne Alternative ist. Capcom nach Dragon's Dogma 2, könnt ihr gerne ein neues Breath of Fire machen oder eine Collection oder so, aber ich will euch ja nicht drängen. Wir gucken dann einmal rein. Ähm ja, Steam Next Fest Demo, könnt ihr die Demo natürlich dann auch frisch frisch runterladen. Müsst ihr mal gucken, wie lange die dann noch verfügbar ist. Ich werde natürlich für euch dann ein bisschen vorlesen, weil Sparrausgabe ist hier nichts. Wir sind ja old school. Ähm, es segelt ja schon nicht nur Breath of Fire, also Breath of Fire von wegen gemischt polygonale Hintergründe und Pixelart Figuren. Äh, hat nur so ein bisschen so diesen Octopath-Schein gerade, ne? Ähm, von wegen, dass wir noch so filigrafische Effekte sehen. Egal. Kadaver und rostige Panzer, sie stürmen die Barrikaden. Alleine können wir sie nicht aufhalten. Es werden immer mehr. Ich habe alle Wachen versammelt, die ich auftreiben konnte. Es sieht nicht gut aus. Wir müssen sie stoppen, bevor sie die Stadt erreichen. Zuerst die Kristallknappheit und jetzt werden wir von diesen Schrotthäufen angegriffen. Schrotthäufen? Haufen? Schrotthaufen ist doch die Mehrzahl. Oder ist Schrotthäufen auch? Also ein Schrotthaufen, mehrere Schrotthaufen. Oder Stroththäufen. Linguisten, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Wenn Konstantes fällt, dann hat die Konstanz wirklich versagt. Mushlang ist auf dem Weg. Er ist nicht der Mutigste unter meinen Schülern, aber er hat Talent. Was kann ein Magier schon ausrichten? Nichts für ungut große Konstanz, Magierin Jadie. Vertraue der Konstanz, der Magiekrog. Alles wird gut werden. Aber was hast du mit dieser riesigen Gabel vor? Ich bin eigentlich Gastwirtin, ich Kommandantin der Wache. Ich bin nur hier, weil ich helfen wollte. Ah, Mushang, da bist du ja. Ups. Also, auf in den Kampf. Diese Kadaver werden sich nicht selbst zurückschlagen. Naja, hier ist es ganz anders als im Training. Ich dachte eigentlich, dass du vielleicht mitkommen würdest, zumindest wenn du anfangen. Du bist jetzt ein vollwertiger Magier, Mushang. Ein echter Konstanz-Magier. Du musst zeigen, dass du meine Lektionen verstanden hast. Wir müssen konstant sein, stabil, unaufhaltsam und unvergänglich. Mögen unsere Herzen standhaft sein und unser Wille unerschütterlich, damit wir den Frieden wahren können. Wir bleiben stark, wir halten zusammen, wir bleiben konstant. Genau. Auf geht's, Mushang, vorwärts. Okay, also Mushang kommt zur Hilfe. Hey, ich habe nicht nur zwei starke Hände, ich bin ein Magier, ein Magier. Übrigens auch eine starke Koch-Komponente im Spiel hier drin, wenn wir ihn schon sehen an dem Charakter mit der Gabel. Kochen war ein bisschen mehr Suikoden, hätte ich fast gesagt, als Breath of Fire, aber das schadet ja auch nicht. Also, hilf den Konstanz-Magiern, ist mein neuer Quest. Ich kann hier mich mit dem Analog-Stick bewegen. Steuerkreuz macht die Karte auf. Eine recht umfangreiche Karte. Hier sind wir ein Konstantes, Oxalis, Sumpftalwald, Azur-Archipel. Also, es scheint wohl eine durchgehende Welt zu sein, wenn man sich die Map hier so anguckt. Wir können sogar richtig schön reinzoomen. Ihr seht, mit richtigen Topografien und so weiter. Also nicht von wegen nur eine World Map, wo man sich da entlanghangeln kann. Da ist das alles auf dem Steuerkreuz. Okay, L und R machen nichts. Start. Ist das Menü. Da sind die Charaktere, die wir haben. Schon mal schön Plätze frei für alle Partenmitglieder später. Kochbuch. Und die Settings. Oh, wir haben Rettungsreport. Können wir da in der Demo speichern? Ja, das geht. Sprache. Recht viele zu Hause. Wir spielen natürlich auf Deutsch. Oui, oui. Also, Francais. Ich dachte schon. Wieso ist denn Grafikmittel? Machen wir auf hoch. Was soll denn das? Ich hatte das eigentlich auf hoch gestellt. Mal sehen, was das... Ich bewege mich sehr, sehr langsam übrigens gerade. Nochmal. Was ist mit dieser riesigen Gabel vor? Na, ich bin eigentlich Gastwirt, nicht Kommandant in der Wache. Ich mache das nur, um zu helfen. Moshang. Hast du deine Nase endlich aus deinen Büchern rausbekommen? Diese verdammten Kadaver wachen auf und greifen uns an. Wobei es scheinen mehr Roboter zu sein, ne? Die Kadaver hier genannt werden. Piep, gzip, bz. Zerstöre den hier und komm dann zu uns an die Front. Keine Sorge, ich habe ihn für dich weich geprügelt. Okay, und das ist die Breath of Fire-Ansicht, Leute. Das ist die Breath of Fire-Ansicht. Habe ich nur bei Kreuzmenü. Unten die Kampfreihenfolge. Okay, also Zeitleiste zeigt, in wie vielen Runden ein Charakter seine nächste Fähigkeit benutzen wird. In jeder Runde verwendet ein Charakter, der am weitesten links ist, eine Fähigkeit. Dann kehrt er später zur Zeitleiste zurück und sagt, okay, okay. Also es ist einfach nur die Timeline der Kämpfe. Ja, komm schon. Achso, Steuerkreuz. Müsst du früher wieder dran sein, lieber in stärkeren Angriffen nutzen. Ach, das ist fast schon. Okay. Das ist eher, also wenn so ein Timeline-Ding ist, wir hatten ja eher eine unsichtbare Reihenfolge bei Breath of Fire. Das ist mehr Grandia fast schon, ne? Wobei wir hier natürlich nicht den Angriffszeitraum, den Aktionszeitraum oder sowas sehen für irgendwelche Knockbacks. Aber, wenn das Zielfeld besetzt ist, fällst du zurück. Wir müssen also vor oder dahinter landen. Und guck mal. Ja, das ist echt Grandia. Je nachdem, was wir wählen, hat das ein bisschen mehr. Also hier, ich glaube, ich würde, warte mal, ich probiere es mal mit dem Steinhagel. Da würde aber der Gegner eventuell schon zweimal zwischendurch dran sein. Also einmal gemacht, dann werde ich da hingepackt. Der Gegner greift aber normal an. Und wandert dahin, greift nochmal normal an. Nicht schlecht mit diesem Drüberhopsen. Also ich mag das. Ich kann nur meine Fähigkeiten hier aktivieren. Wir probieren mal das hier, wobei das sollte reichen wahrscheinlich für den Gegner hier. Nicht ganz, aber ich glaube, jetzt könnte der Gegner auf dem gleichen Feld landen wie ich. und wird zurückgeworfen. Nee, ein dahinter, genau. Können wir nochmal Glut machen und dann reicht das. Schlattersege ist erledigt. Der Look ist echt nice, muss ich sagen. Der Look ist wirklich nice. Also wir haben eins auf unserer Stempelkarte gemacht. Wir gehen zur Front. Äh, ich würde gerne... Ach so. Ach, schneller laufen, Viereck. Was sind das? Wer macht denn Viereck für die Lauftaste? Okay, das ist ungewohnt. Ich möchte zur Kiste. Viereck-Taste laufen ist ungewohnt, weil alleine ist die Bewegungsgeschwindigkeit sehr langsam. Das ist echt wirklich so ein Octopass-Look. Hier ohne Furcht-Magier. Wir kommen nie zur Ruhe, ständig müssen wir alles neu aufbauen. Der Naufbau ist schwer, solange die Kadaver hier wüten. Zum Glück haben wir die Magier auf unserer Seite, mein geliebtes Nägelchen. Lass uns das auch. Das ist auch nur ein Koch-Ulern da, aber ich kann trotzdem den ganzen Kadaver ausnehmen. Jaha. Achso, die sind schon aktiv. Das ist die Front. Zwei Konstanz-Magier gegen einen Kadaver. Das ist schon fast zu leicht. Was war das? Die Barrikade. Ein Kadaver hat die Barrikade zerstört. Das glaube ich nicht. Die Konstanz wird wirklich auf die Probe gestellt. Erledige diese verdammte Maschine. Ich helfe Ihnen. Okay, haben wir ein anderes Maschinchen. Die kosten jetzt keine Magic Points oder so, ne? Und ich kann auch nicht nochmal verteidigen dazwischen. Das ist momentan alles nur mit dieser Reihenfolge. Aber wir haben Elementarschwächen. Natürlich. Wasser und Feuer. Elemente gegen die entfallen. Schwach ist okay. Schwach gegen Wasser und Erde. Die Schwäche wird neben der Energieleiste angezeigt. Der Schild wird durchbrochen. zum Ende der Zeitleiste zurück. Okay, wenn es Schaden zuhöhe verliegt der Feind einen Schildpunkt oder zwei Punkte, wenn er schwach gegen das Element ist. Also, Schild durchbrechen, Ende der Leiste. Er ist gegen Erde anfällig, Wasser und Erde. Das heißt, wir machen Steinhage, auch wenn er uns zwischendurch zweimal angreifen kann gleich. Die Attacke ist sehr effektiv. Wir kriegen sogar mal ein bisschen Pokémon-Zeug. Kanöter wird schwach gegen alles und fällt zurück, ganz nach hinten. Das heißt, mit der Schwäche ausgenutzt, sogar eine Doppelattacke. Mach mal die fünfe. Ah, nein, nein, nein. Ich denke, ich denke auch zu viel in Magic Points. Obwohl, ist auch sehr, ah, ich dachte schon, ist auch sehr effektiv. Ich denke zu sehr in Magic Points. Oh, dann nehme ich mal was, was weniger Magic Points wegnehmen, weil sowas nicht. Das ist ja dieses Zeitinvestment, was angezeigt wird. Der Gegner ist gegen alles anfällig geworden. Seht ihr das? Jetzt habe ich gewundert, das ist Feuer, mit der Anfälligkeit gegriffen, aber vorher waren es nur Wasser und Erde. Aber der hat doch Feuer. Jetzt ganz hinten, okay. Also Elementarschwächen ausnutzen. I get it. Herstellen, nicht jetzt. Okay, also Crafting gibt es ja auch. Oh, warte mal, hier hatten wir hier unten eine Kiste gesehen, ne? Bretter. Weniger effektiv als Kadaver gegen Magie. Würde ich auch machen. Dann nicht. Schade, ich habe mich gefreut, eine Küste zu finden. Noch drei übrig. Drei Magier, drei Kadaver. Wir belassen sie dir, Moshang. Nicht auf. Alle drei für mich. Der Kampf beginnt. Wahrscheinlich jetzt... Uff. Eine Multi-Attacke oder sowas. Jetzt muss ich natürlich mal gucken. Mehr Zielfähigkeiten. Okay, das ist gut. Ah, das sind diese drei Punkte, die wir da sehen. Okay. Das ist natürlich ganz geil. Wir haben zwei Abhängigkeiten. Okay, das ist die einzige Mehrzielfähigkeit, die ich habe. Ich wandere auf den dahinter. Zwei von denen sind anfällig. Das heißt, ich erwische zwei. Ganz angenehm, dass man nicht auf Magic Points achten muss, sondern tatsächlich nur auf die Reihenfolge und auf die Elementabhängigkeiten. Jetzt werden die zwei ganz nach hinten gepackt. Ach, der macht Wartung. Okay, ein bisschen Heilung. Waren die nicht ganz nach hinten gepackt? Ah, nee, ich habe den Schild noch gar nicht gebrochen. Okay, ich würde noch mal eine Dreier-Attacke machen gleich, weil dann wird der Schild gebrochen und dann gehen sie ganz nach hinten. Flatter, Säge und Staubschlucker. Schild ist gebrochen bei denen. Das heißt, die wandern beide ganz nach hinten. Flatter, Säge und Staubschlucker. Der andere Gegner ist noch hier. Bei dem machen wir jetzt Erde. Wir landen zwar nach den beiden, aber eventuell kriege ich ihn damit. Schlaubschlucker ist erledigt, okay. Oh, ich habe den falschen. Ah, ich habe den falschen anvisiert. Das war blöd von mir. Das war ziemlich blöd von mir. Shit, ich wollte den Kanöter anvisieren. Wie konnte ich denn einen Kanöter mit einem Schlaubschlucker verwechseln? Das ist doch Quatsch. So, weil den Insta-Kill wollte ich machen. Würde ich ein bisschen Energie verlieren durch den Staubschluck. Ja, okay. Ich habe das leider nicht so effektiv ausgenutzt gerade. Äh, können wir auch mit Glute einmal ran. Der ist tatsächlich gegen beides anfällig. Glute und Erde. Fast schon Persona-like, ne? Besiege den letzten Kadaver. Sprich mit Hammer, dem Ingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Das ist Hammer. Die Barrikade wurde pulverisiert, vernichtet, dem Erdboden gleichgemacht. Bumm. Zum Glück verstehen meine Frau nicht unser Handwerk. Genau, mein Schräubchen. Dem Ingenieur ist nichts zu schwör. Ist das Daniel Düsentrieb? Ich glaube, ja, ne? Danke, dass du dich freiwillig meldest, junger Merki. Äh. Ah, entweder oder. Nicht jeder Merki ist handwerklich begabt. Unsinn. Mit deinen kräftigen Armen ist die Barrikade nullkommanix fertig. Baumaterial und Bretter findest du in den Kisten in der Nähe. Okay, ja, deshalb die Kiste da unten. Und die Pläne liegen auf der Werkbank. Viel Glück, junger Merki. Na gut, wenn es um das Wohl von Konstantes geht, aber ich warne euch das letzte Mal, dass ich Werkzeuge in die Hand nehme. Ich bin jetzt ein Magier. Okay, wir wissen, dann wissen wir jetzt, wo die Bretter und die Werkbank sind. Jetzt können wir die Barrikaden errichten. Ich mag's bisher, muss ich sagen. Bei den Texten, also Story kann man natürlich noch nicht sagen, gefühlt noch nicht, aber da ist auch noch nichts passiert. Der Front ist ein bisschen weird. Ja, also ich würde die sonst anpassen. Nach mir, wieher sieht es ein bisschen zu Comic-mäßig, der Front aus. Ich weiß nicht. Das Einzige, was ich bisher nicht so wirklich mag. Vielleicht kann man den irgendwann mal ersetzen oder so. Aber so Look and Feel find ich gut. Herstellen, Planken, Baumaterialien. Mir fehlen Baumaterialien. Wo sind die anderen? Warte mal, da waren die Planken in der Kiste. Gibt's hier unten noch was? Oder muss ich auch eine andere Kiste öffnen? Also wisst ihr Leute, also ich hab speziell jetzt wirklich da nochmal angemacht, weil ich einfach Breath of Fire gerade Teil 3 und Teil 4 so sehr mag. Bist du Baumaterialien? Nein. Noch nicht. Vielleicht dann ganz hinten. das bedient natürlich eine ganz, ganz spezielle so ein spezielles Feeling. Also Breath of Fire 3 und 4. Die hab ich einfach sehr, sehr gern gespielt. Gerade der 4er ist ja ein All-Time-Classic. Oder auch der 3er, muss ich sagen. Äh, jetzt können wir die Barrikade herstellen und das Capcom wirklich nichts in dem Style gemacht hat. Aber auch allgemein, man sieht, so kann ein PS1-RPG auch ein bisschen modern aussehen, ne? Es muss nicht alles immer nur Octopath sein. Es ist fast schon eher eine Mischung aus Octopath-Traveller und dem Star Ocean 2 Remake. Also Star Ocean 2 Remake ist natürlich auf einen realistischen Stil gegangen für den Hintergrund. Was für eine wunderschöne Barrikade. Kann ich die jetzt nicht fertig machen? Bereit für den Rest? Einige muss zurück zu den Magiebüchern. Aber ja, interessant, also auch für den Stil ist Platz. Und auch im Indie-Bereich sieht echt gut aus. Und der nächste Schritt ist Magie. Siehst du diesen leuchtenden Stein? Wenn du ihn aktivierst, kannst du die Barriere im Phantomdrehen aufstellen. Wie durch Magie. Das ist ja Magic. Versperre den Weg mit der Barriere, dann wird alles wieder konstant. Okay. Aktiviere den Konstruktionsstein. Platiere diese neue Barrikade. Oh, also Crafting und Basenbau wahrscheinlich auch noch, ja? Okay. können Sie ihn mit drehen und dann haben wir sie platziert. Sprich mit Jadi. So, alle weg hier. Wo bist du, Jadi? Das war Hammer, ne? Schadi, bist du wieder zurück? Da ist mein Kochfreund. Einer meiner Kochfreunde. Kehrt jetzt wieder Konstanz ein? Ja, hoffentlich. Warst du Jadi? Ja. Na, Mojang? Fühlt es sich nicht gut an, deine Fähigkeiten mit voller Kraft einzusetzen? Ja, große Konstanz-Magierin. Wenn man wieder so dieser, also dass der Questlog hier fast schon wie Achievements aufkloppt, ist eigentlich auch eine nette Geschichte. Ich hoffe, dass es nicht zu ablenken ist am Ende. Diese neue Barrikade sollte ausreichen, um die Felder von unserer Hauptstadt zu schützen. Endlich kehrt wieder Konstanz ein. Ähm, wenn ich hier nicht mehr gebraucht werde, würde ich gerne wieder zurück zur allwissenden Müllhalde zurückgehen und weiterlesen. Ja, zur Müllhalde nur. Gute Idee, in einem von diesen alten Büchern steht hoffentlich, was diese verdammten Schrotthaufen zum Leben erweckt hat. Richtig, Krog, während wir eine konstante Gegenwart schaffen, dürfen wir nicht vergessen, was uns die Vergangenheit lehrt. Aber vergiss nicht, Mojang, wir Konstanz-Magier arbeiten im Hier und Jetzt und nutzen unsere Magie für das Gemeinwohl. Ja, ja, aber ich hatte gerade ein wirklich gutes Buch gefunden über den Kreislauf der Magie. Seuft, dann geh. Das ist übrigens unten rechts, man kann die Katzenzen auch vorspulen, wenn man mag. Aber müssen wir jetzt noch nicht. Oh, guck mal, eine große Stadt. Eine Hase, äh, eine Hasendame, also eine Fuchsdame hier. Ey, die Stadt und die Musik, die ist sehr suikodend, aber gerade eher, ne? Mann, 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 ich hab's geschafft, ich bin zurück in Konstanz. Komisch, ich hatte die Stadt viel imposante Erinnerungen, vielleicht weil ich damals noch ein Kind war. Zehn Jahre Beschwörerschule, zehn Jahre in der Geisterwelt. Werden mich meine Eltern überhaupt wiedererkennen? Hoffentlich sind sie stolz auf mich und nehmen es mir nicht übel, dass ich die Schule abgebrochen habe. Die sind alle längst tot, meine liebe Sill. Was ihr, ich glaube, unser Haus war hier in der Nähe. Es hatte eine rote Tür. Nächster Charakter. Sill begibt sich auf die Suche. Ich bin froh, dass ich die Geisterwelt verlassen habe, um meine Eltern zu finden. Jetzt spielen wir Sill. Finde das Haus mit der roten Tür im Osten der Stadt. Wir schauen uns das mal ein bisschen um. Hast du das einig? Ja, danke. Ich habe die Lauftaste schon entdeckt. Nice, guck mal. Also, richtige Schatteneffekte über die Pixelart, wenn man hier in den Bereich geht. Also, das gibt einem so viel enorm nochmal an Glaubhaftigkeit. Also, heutzutage ist natürlich nichts mehr Besonderes mit den technischen Fähigkeiten, die du so hast. Aber, so bei PS1-Sachen war das nicht gang und gäbe. Es ist wirklich eine Mischung, Breath of Fire und so. Sekunde, da müssen PS1-Fans dahinter gewesen sein. Das geht nicht anders. Ich kenne dieses Gebäude. Es ist das Gasthaus zum konstanten Fluss. Um zum Haus zu kommen, muss ich zurück zum Bahnhof und da nach rechts. Ach, ich darf gar nicht mich umschauen hier erstmal. Okay. Also, los mit euch. Bist du eine rote Tür? Nee, es ist eine Petunie. Möge die Konstanz mit dir sein, junger Hüpfer. Junger Karsak. Das ist noch nicht mein Haus. Games aus so einer Perspektive natürlich auch mit einem dezent anderen Einsatz, wenn ihr die Crossbell-Spiele von Tails gespielt habt. Da ist mein Haus. Warte mal, steht einer. Ja, kann ich einfach durch. Bitte anklopfen. Also, modernere Spiele, obwohl das dann Ports auf dem PC sind. Ja, von da. Oh, da wohnt ja. Die Familie wohnt gar nicht mehr hier. Guck mal, ja. Äh, Mama. Was? Ein Spinner in der Familie ist mehr als genug. Danke. Sehe ich aus wie eine Pilzmutter? Aber ich war mir sicher, dass meine Eltern hier wohnen. Tja, jetzt wohnen sie nicht mehr hier. Falls es dir entgangen ist mit der Konstanz, ist es vorbei. Ja, aber wo sind meine Eltern dann? Frag doch den Wunderknaben der Familie, meinen Bruder, den legendären Magier Mo-Shang. Ach, Mo-Shangs Bro Mo-Shang? 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 Ich glaub, mein Schwein pfeift. Hast du etwa noch nie vom legendären Magier Mo-Shang gehört? Nein, wo finde ich ihn? Jede Menge Haare, aber nichts in der Birne. Hat seine Nase ständig in blöden Büchern, auf der Müllhalde, auf der fünften. Alles klar, danke. Einen konstanten Tag noch. Gern, bis Konz später. Dass meine Eltern hier auch gar nicht mehr wohnen. Geht zurück nach Hause. Das ist natürlich schade. Habt ihr meine Eltern gesehen? Dann reden wir mit Mo-Shang. Das ist die erste Ebene, die unterste der Stadt. Zur fünften Ebene kommt man nur mit dem Aufzug. Aber ich bin noch nie alleine damit gefahren. Ich schaffe das. Der Bahnhof ist bestimmt nicht weit weg. Kann man so das einzig... Also wir haben jetzt auf High-Grafik-Settings gestellt. Ich hab hier eine RTX 3070 drin. Man kann nichts anderes grafisch einstellen, außer High und Fertig. Also hier ist keine anderen. Ah, automatisch laufen. Wobei, ich würde schon... Jetzt hab ich mich gewöhnt auf den Knopf. Ich hab nochmal gesehen, ob es vielleicht sowas wie V-Sync oder andere Sachen gibt. Aber es ist so ein One-Size-Fits-All. Das schaut aus wie ein Aufzug. Zutritt nur mit Ticket. Wo finde ich eins? Viel Glück damit. Wahrscheinlich im Gasthaus, sofern noch welche übrig sind. Aber ist das ein... Das ist doch ein Aufzug. Schwarzfahrer, Schwarzfahrer. Dann müsste ich zum Gasthaus. Oh Mann, das sieht so knuffig aus, ey. Super knuffig. Ah, hier könnte ich schmieden. Also Waffen craften. Die Musik ist nice. Das ist das Gasthaus, oder? Die Musik ist wirklich nice. Ich krieg wirklich echt schöne Flashbacks, Leute. Krog, ach. Ich brauche Hilfe. Ich auch. Seitdem ich zur Kommandantin der Wache ernannt wurde, habe ich keine Zeit mehr, mich um das Gasthaus zu kümmern. Und dann sind diese verdammten Kadavers in den Keller eingebrochen. Ein Kadaver? Was ist das? Geh runter und sieh selbst. Ich habe meine Kochwache geschickt, aber ist immer noch da unten. Uns steht die Suppe bis zum Hals. Erledige den Kadaver und ich gebe dir, was du willst. In Ordnung. Krieg das Ticket. Wahrscheinlich ganz andere Fähigkeiten jetzt hier. Wie war das? Zill ist aus der Geisterwelt zurück. Der Johnny ist es. Was ist das? In der Beschwererschule kam so etwas nie dran. Sieht ganz putzig aus. Weiß jeden, ob es immer noch putzig findet, wenn es Laser aus seinem Maul schießt. Zum Angriff. Okay, Momentchen. Ich muss mich konzentrieren. Den Edelsteinfahrt entlang konzentrieren wir in der Schule. Ich rufe die Ahngeister der Karsaks. Gebt mir eure Weisheit und Kraft. Ich rufe dich, Nanni Aifs. Aifs? Aifs. Tochter des Sterns. Herrscherin des dunklen Waldes. Tu was. Schnell. Äh, ich musste das noch nie in einem echten Kampf tun. Es geht nicht. Oh nein. Oh nein. Dieser Mann ist mein genaues Ebenbild. Äh, Hilfe. Hilf mir, Geister. Hilf mir, Nanni. Ah. Nanni, bitte. Nanni, please. Oh Gott, ich dachte, ich kämpfe frisch. Ja, aber nein. Das war echt beeindruckend. Nanni. Nanni, bist du da? Komm zurück, Nanni. Aifs. Tochter des Sterns. Mein Geist, meine Führerin, sie ist weg. Es tut mir leid, Nanni. Bitte lass mich nicht im Stich. Ich habe meine Lehrer schon genug enttäuscht. Was für eine Beschwererin hat keine Geister, die sie beschwören kann? Wenn ich etwas falsch gemacht habe, Nanni, dann tut es mir leid. Ich werde dich finden und mich entschuldigen. Versprochen. Dann sollten wir wenigstens jetzt... Oh, das sind die Belohnungen, die wir bekommen haben. Da sollten wir jetzt wenigstens... Ah, kann ich die Kamera eigentlich drehen? Ah, nein, das geht nicht. Das bleibt eine Perspektive, ne? Das kann man bei Breath of Fire 4, konnte man das punktuell drehen. Ich glaube, bei 3 war es nicht so, oder? Bei Breath of Fire 3? Bei 4 konnte man sich nicht erinnern. Das weiß ich noch. Bei 3, ich glaube nicht. Kadaver ist erledigt. So schnell, du bist ganz schön effizient. Danke. Übrigens herzlich willkommen in Konstantes, der Stadt, die niemals schläft. Du wirst dir deinen Besuch durch sicher von ein paar Unannehmlichkeiten nicht verderben lassen, oder? Hier sind dein Aufzugticket und ein Reiseführer für Konstantes, unsere wunderschöne Hauptstadt. Daran findest du jede Menge Tipps, um deinen Besuch richtig zu genießen. Ich wünsche dir einen schönen und konstanten Aufenthalt. Verdammt, ich möchte das jetzt spielen, aber Like a Dragon, Persona 3, Final Fantasy 7 Reverse. Ah, ich möchte das aber auch spielen. Was hat das mit den Umhängen auf sich? Nur Magier tragen Umhänge und alle Magier gehören zum Orden der Konstanz. Magie nutzlos ist, kann man dafür Eindruck stellen. Die Müllhalde auf der 5. Ebene sammelt Dinge aller Art. Bücher, schimmeliges Gemüse, okay. Und hier haben wir 3 Sterne in Michelön. Reiseführer, Party ohne Ende auf der 5. Ebene im Tohuwabohu. Da ist Musik wie Magie, sogar die Monster feiern mit. Von Alto, anerkannter Bade. Ich hab dich doch schon gesehen, dass du zu der Party gehörst, Alto. Ich glaub, ich hab diese Frisur im Menü gesehen. Das ist er, ne? Das ist Alto. Moschung. Abgelaufenes Aufzugticket. Ach, das sollte schon gehen. Das geht schon. Siehste? Sag gar nichts. Aufzugticket. Aufzugtickets, ey. Wer überlegt sich denn sowas? Heney. Die Müllhalde quillt bis auf den Marktplatz über. Ja, wir sollten hin, ein paar Ladungen alte Bücher schicken. Geht bis hier, ne? Das ist aber die Müllhalde hier bestimmt. Wie aus wie eine Bibliothek. Äh, was machst du da mit der Sauglocke? Das Arbeitskomitee ist der Meinung, dass es keinen Unterschied macht, ob man mit alten Büchern arbeitet oder verstoffte Rohre reinigt. Das ist auch nicht ganz falsch. Sowohl Klempner als auch Archivare gehen mit Dingen um, die nicht mehr gebraucht werden. Deshalb mache ich beides. Noch Fragen? Nö, eigentlich nicht. Aber reden wir mit Moschung. Äh, Entschuldigung. Hallo, bist du der Wunderknabe der Müllhalde? Hat dich Koma geschickt, um mich zu nerven? Lass mich bitte in Ruhe. Nein, ich. Lass mich raten. Ich soll irgendwo eine Wand einreißen oder ein paar Kästen schleppen. Immer die gleiche Leier. Das, also dass Moschung auch so ein herderinger Zwergenbart hat. Ist ja auch irgendwie der Hammer, ne? Immer die gleiche Leier. Hey Moschung, hör auf mit den Büchern und der Bildung und der Magie. Diese riesigen Marmorplatten müssen zur Baustelle. Das ist anständige Arbeit, wie es sich für Merkes gehört. Naja, mit Magie könntest du noch größere Lasten transportieren. Endlich versteht mich mal jemand. Moment, bist du auch Magier? Ich hab dich noch nie gesehen. Oh nein, ich bin Karsak-Beschwererin. Naja, mehr oder weniger. Ich heiße Syl. Das heißt, mein vollstelliger Name ist Syl S4, Erbin von Ives, der Tochter des Sterns, der Herrscherin des Dunklen Waldes, der Lehre und von allem, was dort seinen Ursprung hat. Und nicht Moschung, Magier, der einfach nur ein stinknormaler Magier. Ich hab's noch nicht geschafft, mir einen Namen zu machen. Ich habe erst kürzlich meinen Abschluss an der Akademie des Ordens der Konstanz gemacht. Du kommst gerade erst aus der Schule? Ich weiß, dass ich nicht danach aussehe. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste und außerdem bin ich ein Merki. Aber ja, ich habe gerade erst meinen Abschluss gemacht. Ich auch. Ich habe meine ganze Kindheit damit verbracht, die Tradition der Großkarsaks zu lernen. Aber ich war nicht gerade eine Meisterschülerin. Irgendwann habe ich die Schule abgebrochen. Das ist übrigens der Grund, warum ich jetzt hier bin. Als ich nach Hause kam, war meine Familie weg und da war diese Merki-Frau. Koma? Oh je, sie ist meine Schwester. Das war deine Schwester? Okay. Sie hat mich zu dir geschickt. Also, du weißt nicht zufällig, wo meine Eltern sind, oder? Nein, aber wir wohnen seit drei Jahren in dem Haus. Also, ich verstehe. Danke. Tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Nein, warte. Wir Konstanz-Magier sind verpflichtet zu helfen, wo wir können. Ich helfe dir natürlich, deine Eltern zu finden. Also, ich werde dir helfen, deine Eltern zu finden. In Ordnung. Wenn es einen Bürgerregister gibt, dann finden wir es im Rathaus auf der siebten Ebene. Aber es könnte schwierig werden, beim Bürgermeister einen Termin zu bekommen. Wegen der Kristallknappheit gibt es gerade alle möglichen Probleme. Die Leute sind sauer, die Maschinen geben den Geist auf und bisher hat noch niemand eine Lösung. Deshalb bin ich hier auf der Müllhalde und durchstöbere diese alten Bücher. Irgendwo muss es eine Antwort geben. Mo-Shang ist zur Stelle. Wir haben eine Doppelparty. Ah, wir können den aktiven Charakter mit L1, R1 wechseln. Manchmal wird der Charakter aktiv, um Meinung zu sagen. Ja, I get it. Okay, ich kann auch im Lauf direkt wechseln. Ja, Party-Charakterwechsel. Auch ein Ding. Dieses Charakterwechsel, jetzt muss ich mehr an Wildarms denken. Wobei es natürlich auch viele andere RPGs hatten. Aber Wildarms, so Wildarms 2, mit der Perspektive. War ja auch ähnlich. Bürger. Mama sagt, das Telefon geht nicht, weil es keine Kristalle gibt. Also können wir Papa nicht anrufen. Also warte ich auf die Kristalle. Glaubt ihr, dass wir bald wieder welche haben? Nein. Das tut mir leid. Keine Chance. Ins konstante Toho war Boho. Dürfte nun Begleitung eines saturisierten Baden. Ah, okay, dann holen wir jetzt den Baden. Wobei, Alto war das, ne? Ne, wir müssen auf die siebte Ebene. Ist da auch deine Eltern verloren? Wenn sie so weitermachen, werden sie sich bald selbst verlieren. Meine Eltern sind die besten Ingenieure in ganz Terra. Aber sie lassen ihre Werkzeuge ständig irgendwo liegen. Seitdem sie mit diesem Hoga herumhängen, von dem alle reden, sind alle noch zerstreuter. Wenn ihr über unseren Schraubenschlüssel stolpert, dann bringt ihn bitte zu mir, ja? Sidequest. Schraubenzieher. Magieladen ist dicht. Wie komme ich denn zur siebten Ebene? Wahrscheinlich dann Aufzug wieder, oder? Brauche ich dafür aber nochmal ein Aufzugticket? Oder langt das? Wir gehen mal hier entlang. Oh, was geht denn hier? Ein Karsak-Altar. Aber er ist so unordentlich. Anscheinend ist es lange her, dass hier jemand den Geistern an Opfer gebracht hat. Meine Eltern hätten den Altar nie so verkommen lassen. Vielleicht sind sie nicht mehr ein Konstantes. Ob die Geister beleidigt sind? Deine Eltern sind die Geister. Vielleicht hat mich Nani deshalb verlassen, als ich hier ankam, weil du beschwerst jetzt den Geistern der Mutter oder deines Vaters. Irgendwie sowas. Ihr sollt den Altar aufräumen. Mach mal. Ist das ein Minigame? Okay, wo auch immer du bist, Nani, das ist für dich. Achso, ich muss mehrere von denen finden. Ein Polivora. Anstecknadel. Ach, jetzt haben wir die Abzeichnung aus Paper Mario hier. Okay. Attribute im Kampf zu verbessern. Also Paper Mario Anstecker. Benjamon. Oriona. Ah, das sind die Magien, die ich equippt habe. Wo sind die Anstecknadeln? Das sind die Quests. Also ich komme hier. Ach, ausrüsten. Bei ihr Polivora, für die Schnelligkeit. Wobei. Nein, ablegen. Er kann eigentlich ein bisschen schneller sein. Okay. Naja gut. Nicht ganz die Orden bei Paper Mario. Wobei, kann man schon sagen, wenn die in dieser Form sind, Accessories. Ja. Die Skill-Attribute erhöhen. Oh, ich gucke mal kurz auf die Map. Genau, da ist Konstantes. Sil hat auch so Edelsteine im Schweif. Ach, das war die Bücherei. Entschuldigung, die Müllhalde. I forgot. Hier kommen wir nicht vorbei. Ach, das ist Hoga. Ich sage euch, wir brauchen keine Kristalle. Die Konstanz ist älter als hier. Es gab uns eine Zivilisation, das ist so ein Sektenführer hier. Bevor wir Kristalle als Energiequille hatten, und das wird es ja auch noch lange weitergeben. Wobei, der sagt, was sinnvoll ist. Verlasst euch nicht auf die Kristalle. Der Lebensstrom wird nicht ewig da sein. Wir können eine neue Konstanz gestalten. Das hört sich ja toll an, Hoga, aber es ist auch wahr, kannst du das beweisen? Du hast recht, wir müssen den Leuten zeigen, dass es möglich ist, aber wie? Vielleicht gibt es Bücher aus der Zeit vor den Kristallen? Das ist eine tolle Idee. Geht zur Müllhalde und seht in den alten Büchern nach, wie lange wir schon die Kristalle verwenden. Wenn ihr den Beweis findet, dann reißt ihr die Seite raus und bringt sie wieder her. Wer hätte gedacht, dass Bücher nützlich sein könnten? Aber ich muss die wahrscheinlich finden. Wer sind die Eltern? Ahama und Hoga. Wer sind die Eltern denn von dem Schraubenschlüssel Johnny? Lely. Letzte Umfrage. Was geht denn hier? Gut, wir wollen es aber jetzt nicht zu sehr in Sidequesten damit aufhalten. Wobei ich das beim normalen Spielen wahrscheinlich direkt machen würde. Safe Stein? Tief durchhalten wir Mushang. Ah, entspann dich. Ach, das ist ein Mushang Stein. Dieses Mal schaffst du das bestimmt. Ich war ganz entspannt. Natürlich. Los, ich werde dich nicht mehr unterbrechen. Du schaffst es, Mushang. Alles in Ordnung. Na toll, jetzt habe ich die Konzentration verloren. Ich werde es später nochmal versuchen. Stimmt etwas nicht? Okay, das ist kein Safe Stein. Wobei, safen konnte ich direkt hier, ne? Da war ich hier oben. Ein Rettungszilleport. Brauchen wir hier noch nicht. Wo ist das Rathaus? Kann ich rein? Es ist ein Vollzeitjob, sich um den Bürgermeister zu kümmern. Ich musste meine Arbeit als Kindermädchen aufgeben. Tja. So spielt das Schicksal. Da ist er. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Wir dachten, du könntest uns vielleicht helfen. Das ist bezweiflich. Ich bin nicht gut darin, den Leuten zu helfen, aber mal sehen, was es gibt. Du bist der Bürgermeister, du musst den Leuten helfen. Wir würden gerne einen Blick ins Bürgerregister von Konstantes werfen. In diesen alten Wälzer, ihr habt vielleicht Ideen. Die Leute kommen und gehen, das ist konstant, mehr wissen wir nicht wissen. Sill sucht nach ihren Eltern, sie sind verschwunden. Gleich ist das besser so. Ich habe immer auch meine Mutter gehört und was ist von mir geworden, Bürgermeister von Konstantes. Es ist furchtbar. Ständig kommen Leute zu mir und stellen mir Fragen oder wollen etwas von mir. Ich glaube, der braucht eine Stimme, oder? Das tut mir leid, es ist bestimmt kein leichter Job. Aber wir sind wegen Sills Eltern hier. Wo finden wir das Register? Nee, Moment, ich sollte mich mal räuspern. Dann geht also die Stimme wieder. Ah ja, ich habe es bei der letzten Party im Konstanten Tohu Wabohu verlegt. Was wollen Sie mit dem Bürgerregister im Tohu Wabohu? Was für ein Wort, ey. Ich wollte mir die Liedtexte aufschreiben und konnte keine Schmierzettel finden. Es ist sowieso nicht gesund, die Vergangenheit in einem Buch aufzuschreiben. Es ist nicht konstant. Gerade ein Buch ist konstant. Und es bleibt wohl nichts anderes übrig, als im Tohu Wabohu vorbeizuschauen. Gehen wir, Sill. Also das Aufploppen nervt mich ein kleines bisschen. Das konstante Aufploppen. Ihr findet das konstante Tohu Wabohu in der fünften Ebene. Ich weiß, wo es ist, ja. Heuere Einbaden an. Da sind wir ja schon gewesen. Ich bräuchte nicht das ewige Aufploppen. Aber deswegen gefällt es mir ganz gut. Wir bekommen dieses Jahr auch noch ja Ehudan Chronicle. Relativ bald sogar. Ich hoffe, dass ich bis dahin mit Rebirth, mit Infinite Wealth, mit Persona 3 und vielleicht auch mit Terra Memoria durch bin. Müssen wir mal mein Steam Deck mal wieder zurück. Und ich habe es verliehen seit einiger Zeit. Das wäre ein richtiges Steam Deck Spiel, wenn wir jetzt kein... Aber vielleicht kommen aber auch Switch Ports oder so raus. Aber auf dem Steam Deck wäre das ganz nice. Wir sollen aber rein. Ich brauche... Ach, ich brauche einen autorisierten Baden. Okay, wir gucken nochmal in den Reiseführer. Erste Ebene. Ah, okay. Ich dachte, ich finde den Baden hier vor der Tür oder so. Aber ich muss jetzt zur ersten Ebene. Um den Baden zu finden. Wo kommt der Bade her? Aus Baden, Baden. Natürlich. Kennt doch jeder. Kennt doch jeder! So, wo war das? Besuche meinen Stand, um mehr zu erfahren. Was ist dein Stand? Bist du das? Nein. Irgendwo hat er ein Ständchen. Da können wir einkaufen. Oh, Händlerin. Ich habe im Moment nichts auf Lager, aber der andere hat auf Lager. Frisches Obst und Gemüse hier. Das sind wahrscheinlich eher Crafting. Ah ne, Koch-Items sind es. Aber ich will jetzt nicht mein ganzes Geld für ausgeben. Das Kochen würde ich schon gerne mal ausprobieren, muss ich sagen. Das sah ganz nett aus. Kann ich hier die Treppe hoch? Nein. Wo ist er denn? Also ich bin am Marktplatz vorbei. Der muss doch am Stand sein. Wie sah der nochmal aus? Okay, hat eine Laute. Ein Buzuki hat er in der Hand. Und den leichten Afro. Buzuki und Afro. Was sagst du hier? Da habe ich meine letzte Bank gerade verkauft. Er rutscht das mit einem kleinen Ständchen. Bürger, neue Informationen über Kadaver. Steht noch nichts. Wir sind von Monstern und Singles. Dann gucke ich vielleicht falsch noch. Da ist er. Wow, heilige Harmonie. Ich liebe eure Schwingungen. Harmonie, Timbre, Tempo. Man sieht euch an, dass ihr gute Freunde seid. Wir haben uns gerade das kennengelernt. Dann ist es nur eine Frage der Zeit. Ich bin oft ein paar Takte voraus. Folgt einfach eurem Takt. Die richtige Note ist die, die man zum richtigen Zeitpunkt spielt. Eigentlich sind wir hier, weil wir die Anzeige im Reiseführer gesehen haben. Aber natürlich, ihr sucht nach einem Begleiter für das konstante Toho-Wabohu. Dieser Refrain gefällt mir sehr. Im Toho-Wabohu lässt sich die sanfte Melodie des Planeten am besten sperren. Eigentlich müssen wir nur ins Toho-Wabohu, um nach einem Buch zu suchen. Ha, sowas passiert ständig. Die Leute lassen sich vor der Musik mitreißen und verlieren den Verstand und ihre Besitztümer. Im Toho-Wabohu passieren die komischsten Dinge. Einmal steckte einer meiner Fans für zwei Tage im B-Moll-Fest. Das ist ja auch nach einer Bar an, so ein bisschen, ne? Das B-Moll. Wir müssen einen Konstanzmagier rufen, um ihn wieder... Wir mussten einen Konstanzmagier rufen, um ihn wieder auf die Realität einzustimmen. Wow, bist du schon lange im Geschäft? Mein ganzes Leben. Jeden Morgen eine Melodie, jede Stunde eine Harmonie. Wenn ich nicht auf Tournee bin, dann suche ich nach Ideen für meinen nächsten Song. Aber das Geschäft läuft nicht so wie früher. Deshalb habe ich eine Anzeige im Reiseführer aufgegeben. Und sie hat euch zu mir geführt. Das ist bestimmt ein Zeichen. Mir kommen schon lauter neue Ideen für Songs. Das ist Musik in meinen Ohren. Wenn ich von Anfang an eurer Geschichte folge, dann werde ich ein echtes Musikstück schreiben... Meisterstück schreiben können. Ich spüre eure positiven Schwingungen. Ihr werdet irgendwann groß herauskommen. Ihr gebt den Ton an. Ich folge eurem Rhythmus. Also, Alto haben wir gefunden. Der an der Kante Bade. Das heißt, wir können jetzt hoch... Warte mal, er ist jetzt auch in der Party hier unten. Genau. Und wir haben noch drei Part... Oder drei Partymitglieder, die übrig wären. Wobei, man kann natürlich jetzt... Ah ne, fünfte Ebene, sorry. Nicht sagen, ob das sofort dann sein wird. Also, man sammelt die Partymitglieder wohl nicht über die ganze Strecke hier ein. Es kann aber auch sein, man trifft die Partymitglieder erstmal vorher und... Äh... Danach... Ist richtig rum? Und danach zerstreuen sie sich wieder und man muss sie wieder einsam überspielen. Aber ich bin eher Fan davon, dass man Partymitglieder langsam sich einverleibt. Ist ganz nett, wenn man die jetzt hier schon bekommt. Und natürlich diese... So schön das hier ist, es nimmt einem auch die Überraschung weg. Das ist ein bisschen so wie in die Handbücher früher zu gucken. Wo dann schon die Partyübersicht war, was ich... Ich hab die Seite gerne übersprungen. Bei so RPGs, wo die Partyübersicht war. Äh, Autosave übrigens gerade unten. Falls ihr es links gesehen habt. Ich hab die übersprungen, weil ich so ein bisschen die Überraschung mir erhalten wollte. Also sind wir im Tohuwa Bochum. Willkommen in meiner Bar. Wer denkt sich solche Namen aus? Keine Ahnung. Möchtet ihr etwas trinken? Lass mich nur ein paar Beeren holen. Ist das deine Geheimzutat? Das Geheimnis sind nicht die Zutaten, sondern mein konstantes Können. Das ist schön für dich. Da flötet die Musik aus den Boxen. Wir müssen dort Bücherli finden. Meine Zauber sind bereit auf uns gewählt. Ist das ein Dungeon? Moment mal. Müssen wir jetzt kämpfen? Natürlich. Im Tohuwa Bochum dreht sich alles um den Klang des Kämpfens. Äh, entschuldigt bitte. Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Lani, ich meine, Eifz ist mein Ahnengeist. Eifz? Die mit dem Wald und dem Stern der Leere. Ja, sie ist ein mächtiger Ahnengeist. Meine Familie hat sie über Generationen von Beschwörern weitergegeben. Und, und. Und ich hab sie verloren. Was soll das heißen, du hast sie verloren? Ich habe Eisbeschwörung, um diesen verdammten Kadaver zu zerstören. Seitdem kann ich ihre Gegenwart nicht mehr spüren. Ich hab versucht, meinen Geist... Oh Gott, die Kadaver, da sind Seelen der Verstorbenen drin. Und ich hab grad meine Eltern getötet. Irgendwie sowas? Egal. Ich hab versucht, meinen Geist in die Edelsteinfahrt in Langwandeln zu lassen. Aber, äh, wie wir es in der Schule gelernt haben, aber es hat nichts gebracht. Als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Du bist noch ein wenig durch den Wind, mach dir keine Sorgen. Wir werden deine Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter schon finden. Und deine Eltern auch. Also, Kopf hoch. Okay. Mo Shang, Alto, danke, dass ihr mir hilft. Klar wie Klosbrühe. Ja, wir können nicht wegführen, wenn ein Schluchzen die große Harmonie stört. Ich werde dich mit meiner Musik bis zum Ende begleitenst du. Du gibst den Takt vor. Wahrscheinlich so Status-Magie oder so, ne? Komm mal, Gegner kann man die ganze Zeit sehen. Der Kampf beginnt. Okay, also, ähm, ich würde mal auf beide gehen. Auch wenn nur einer empfindlich ist. Picken. Oh, wir sind beide auf dem gleichen Feld. Charakterpaare. Leisten im Kampf. Ah, weil er ein Support-Charakter ist. Bilden ein Paar, beeinflussen die Fähigkeiten. Du kannst ihre Kräfte aktivieren, wenn du eine Fähigkeit auswählst. Alto kann beispielsweise Angriffe in Heilung und Heilfähigkeiten in Angriffe umwandeln. Interessant. Charakterpaare werden zufällig gebildet. Das ist natürlich für einen End-Boss-Kampf dann zum Beispiel schwieriger. Ich könnte jetzt ändern. Da haben wir jetzt einen Angriff gemacht. Und der ist, glaube ich, für alle zuständig. Sehr effektiv. Feuer haben wir natürlich mit ihm. Wobei das reicht nicht. Ah, ne, ich breche diesen Charakter. Ja, die Hit-Points reichen zwar nicht, aber ich kann jetzt ganz normal angreifen. Anfällig gegen alles. Auch eine interessante Sache. Charakterpaare, die gebildet werden. Okay, jetzt sind die anderen ein Paar. Da werden natürlich Heilfähigkeiten raus, die wir jetzt erstmal nicht brauchen. Ich will das nochmal machen. Blitz ist es ansonsten. Der Tag ist sehr effektiv. Der Feuer schnappt... Neun! Gleich neun! Ähm, okay, das ist nicht besonders effektiv. Wir probieren es nochmal. Wie fühlt es dir das ab? Nur drei und vier. Hm, das ist nicht so geil. Ah, warte mal. Partygroß-Nabel. Ah, ich habe seine Abwehr doch gebrochen. Blut nehmen wir auch. Partygroß-Nabel, der oberste, der Dreier... Ach, ist nicht ganz weg. Beide zurückgefallen, okay. Nehmen wir nochmal die Doppelattacke. Das sollte hoffentlich reichen, weil die so wenig haben, auch wenn sie nicht wirklich... Wobei, jetzt sind alle anfällig dagegen. Stimmt, sie sind beide nach hinten gegangen, deshalb haben sie komplette Elementabhängigkeiten bekommen. Wir haben eine 4D-Brille gekriegt. Was ist die 4D-Brille? Ach, Rüstung, Rüstung. Okay. Wo kann ich die aufsetzen? Zwei Brillen habe ich, ne? Ne, oder? Oder ist die Anzahl dahinter, das ist Item Nummer 2. Okay, bei ihm kann ich nichts krippen. Bei ihm auch nicht, also mit der Brille. Irgendwie sehe ich es nicht gerade. Diese Maschine ist ein Instrument, das invertierte Ultraschallwellen imitiert. Mit einem präzisen Druck auf die Tasten können wir eine gestaffelte Doppelrotationsbewegung auslösen. Also Puzzles, Puzzles finde ich gut. Jede Trompete produziert eine frequenzmodulierte Ultraschallwelle, die resonante Frequenz der Wand partiell absorbiert. Wenn die Resonanz mit den subharmonischen Schwingungen des Raums übereinstimmt, öffnet sich eine Tür. Noch Fragen? Na, du wirst doch einfach sagen können, dass wir diese Maschine aktivieren müssen. Klar, aber jetzt seht ihr sie mit ganz anderen Augen. Das ist der Zauber der Musik. Vielen Dank für die Erklärung, Alto. Da mal ran ans Werk. Ah, Moment. Moment. Nee, Moment. Für die Kiste. Ein Karzok. Karzok habe ich gekriegt. Erst mal hier. Uh, was sind das für welche? Party Blubberkäfer. Okay, das sieht eigentlich... Ganz gut aus. Eis habe ich nicht. Aber, beide anfällig gegen Geist oder so. Die kriege ich jetzt mit der... Oh, die heilen sich gegenseitig. Das ist nicht nett. Aber, die kriege ich mit dem Benjamon. Das reicht aber nicht, um die zu killen, ne? Oh, ach, die sind beide gebraked. Okay. Ja, das reicht. Das reicht. Auch wenn es was weit zurückwirft. Aber einen Oriona können wir mal machen. 13 LP ist schon geil. Kämpfen gehen auch recht fix. Oh, das ist eine größere Flamme. Vielleicht sind die Gegner jetzt heftiger. Okay. Wir nehmen die Blut. Attacke ist sehr effektiv. Und wir nehmen... Oh, wir wurden angewürfen. Das ist nicht nice. Heilen mussten wir uns noch nicht. Aber der Benjamon, der ist nice. Und der Partygroschnabel. Wobei der... Okay, interessant. Also, beide haben jetzt Nullerabwehr. Ich dachte, ich muss die Elementschwäche ausnutzen, damit der Abwehrschild nach hinten geht. Aber egal. Das ist sogar noch mal direkt dran. Ach ja, weil wir... Etwas länger wirkende Attacke mit Zill gemacht haben. So, wir sind wieder zurückgegangen. Die Gegner respawnen. Das ist ungeil. Das war der Rückweg wieder. So, wir wollen den Gegner vorbeilaufen. Aber so viel gekämpft haben. Und wir gehen gleich mal den Boss an. Uff. Okay. Diskolem. Hommelfeuer fängt sogar an. Das ist Status. Shit. Okay, jetzt muss ich mal heilen gleich. Äh, Glut ist gut. Wobei der Partyblubberkäfer jetzt wahrscheinlich heilen wird. Mit Synthese. Ich muss mich noch nicht heilen. Ich würde tatsächlich einmal den Orioner machen. Ah, das ist eine Einzelattacke. Shit. Das war nicht so geil. So. Partygruschnabel und Blubberkäfer. Der Glubberkäfer wird wieder heilen, glaube ich, gleich. Ah, ich bin fast auf den Blubberkäfer gefallen in der Timeline. Und deshalb nach hinten gerutscht. Jetzt heilt er wieder. So, wir machen einmal noch mal die Multi-Attacke. Und jetzt kommt... Ah, ich hoffe hier nach hinten. Jetzt kommt, äh, die Benjamon. Weil damit hau ich, glaube ich, alle bis auf den Partygruschnabel weg. Ah, der Disco-Lim hat überlebt. Shit. Shit. Aus dem Takt. Minus 11 LP. Uff. Ich muss gleich mal heilen. Minus 8 LP. Heiligsblechle. Oh, Multi-Highlighter. Okay, Multi-High ist cool. Aber wahrscheinlich nicht so viel wie das Einzelne. 6 LP. Aber ich kriege wenigstens eine Disco. Oh, oh, ich, äh... Ah, ne, ich kann beide nicht brechen. Die haben eine Dreierabwehr. Ah, guck mal. Mit einem Angriff nehme ich ein Schild weg. Aber wenn der Elementarschaden auskommt, dann nehme ich zwei Schildpunkte weg. I get it. Gutes Kampfsystem. Gutes Kampfsystem. Nicht zu knifflig. Der Stadtregister. Mal sehen, was darin über deine Familie steht. Hm, anscheinend haben sie ein Geschäft draufgemacht, um Polymer zu verkaufen. Und haben es dann wieder geschlossen. Oje. Was steht da? Nur, dass seine neue Familie in das leere Haus eingezogen ist. Dann hat jemand etwas über das Register verschüttet. Etwas Klebriges. Der Rest ist leider unleserlich. Tut mir leid, Sil. Das heißt also, meine Familie ist einfach verschwunden? Hey, einen Moment. So ein trauriges Lied kann ich einfach nicht auslenken lassen. Vielleicht sind sie woanders hingegangen. Es stimmt, seit der Kristallknappheit haben viele Leute die Stadt verlassen. Das Vertrauen auf die Konstanz von Konstantes ist erschüttert. Ich frage mich, was dieses Polymer ist. Vielleicht ist das ein Anhaltspunkt? Noch nie gehört. Noch nie gehört vom Polymer. Meine Eltern waren schon immer den neuesten Trends hinterher. Wir sollten dem Bürgermeister das Register zurückgeben. Es ist zu wichtig, um es hier auf dem klebrigen Boden liegen zu lassen. Keine Sorge, Sil. Mit meinen Liedern werde ich dir Mut machen. Quest aktualisiert. Finde das Element Stadtregister. Können wir es zum Bürgermeister zurückbringen. Ich muss leider auch bald aussteigen. Abkürzung nach draußen. Ja, gerne. Also ich weiß nicht, wie lange die Demo hier noch geht. Ich würde sagen, wir bringen es mal zurück zum Bürgermeister das Register. Da werden wir alle Fünfe gerade sein lassen, falls es länger geht. Aber ich finde es echt gut. Es sollte, glaube ich, nicht allzu weit hin sein, der Release. Checks auf Steam aus, wenn ihr es noch zeitig zum Steam Next Fest Demo seht. Hoffentlich ist es sonst eine der Demos, die man nochmal ein bisschen weiterspielen kann. Ich finde, also Steam Next Fest Demo ist immer eine coole Sache, weil dann so viele Games rauskommen innerhalb von einer kurzen Zeit, die man sich vorab angucken kann. Aber die limitierten Demos bin ich kein riesiger Fan von, ganz ehrlich. Weil dann, warum soll ich das nicht innerhalb von ein paar Wochen dann spielen oder Monaten spielen wollen? Wenn es rausgeht, weiß, dann ist die Aufmerksamkeit natürlich nicht dadurch, dass Steam Next Fest und der Drang. Aber, ist ja nicht meine Schuld. Lass uns rein, der Bürgermeister ist uns eine Erklärung schüttelig, was will er gegen die Kristallknappheit unternehmen? Er hat die Probleme der Bürger von konstantes Zulagen ignoriert. Unter ihm bricht alles zusammen, die Züge fahren nicht mehr, der Markt ist viel leergefegt. Wenn es genug Kristalle für die Aufzüge gibt, dann gibt es auch genug für die Bürger. Der Bürgermeister ist sehr beschäftigt und mit ihm zu sprechen braucht ihr einen Termin. Dann gebt uns eben einen Termin. Äh, sind leider keine Termine frei, versuch es morgen nochmal. Nein, wir haben lang genug gewartet, wir wollen, dass sich jetzt etwas ändert. Hey, wir haben einen Termin, wir sollten dem Bürgermeister das Stadtregister zurückbringen. Wir könnten ihn bei der Gelegenheit nach den Kristallen fragen. Pft, viel Glück, er würde ich sowieso nichts sagen. Genug geredet, nehmen wir ihm die Scharpe ab, nieder mit dem Bürgermeister. Bitte beruhigt euch, bewahrt Konstanz die Lage im Moment. Nieder mit der Konstanz, komm raus, Herr Bürgermeister, sonst kommen wir rein und befördern dich auf die Müllhalde. Was geht hier vor? Oh, der Hoga ist da. Ich habe auf der fünften Ebene eine Bürgerversammlung einberufen, was macht ihr hier alle? Hoga, du kommst gerade richtig, wir werden den Bürgermeister absetzen. Ja, wir haben genug von dieser sogenannten Konstanz, es muss sich etwas ändern. Ihr wollt Veränderungen? Dann vergesst den Bürgermeister, vergesst die Kristalle. Los, folgt mir, wir haben genug Zeit vergeudelt. Hier, ich habe einen Plan. Was soll er seinen Plan doch haben? Oh, ihr seid's. Katulon hat mir gesagt, dass ihr dieses Antikonstanzpakt da draußen aufgehalten habt. Sie sind jeden Tag hier, wisst ihr? Sie protestieren gegen die Kristallknappheit. Bla, 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 wir sind so verzweifelt, wir brauchen Hilfe, bla, bla, bla. Aber du bist der Bürgermeister, wenn irgendjemand den Leuten helfen kann, dann du. Und was soll ich tun, bitteschön? Ich kann doch keine Kristalle aus meinem Panzer zaubern. Ich kann nichts dafür, dass das Chalko-Kristallfeld nicht mehr liefert. So ist es eben. Die Kristallknappheit ist die neue Konstanz. Sicherlich haben sie jemanden geschickt, um nach dem Rechten zu sehen. Äh, wie bitte? Meine Güte, das ist eine hervorragende Idee. Du hast niemanden vorbeigeschickt. Wenn ich herausfinden könnte, was da los ist, dann könnte ich es diesen Fliegeln da draußen sagen, damit sie mich in Ruhe lassen. Was meint ihr, wie lange werdet ihr brauchen? Meinst du uns? Ja, natürlich. Es war schließlich eure Idee und macht schnell, es gibt keine Zeit zu verlieren. Aber wir suchen nach Sills Eltern. Nun, vielleicht sind sie in Chalko. Wer weiß. Gut, geht zum Bahnhof und nehmt den Zug nach Chalko. Hier ist ein Passierschein mit meiner Unterschrift. Und wenn ihr in Chalko angekommen seid, könnt ihr gleich noch nach dem Rechten sehen. Das klingt doch nach einem Demo-Ende. Dann gehe ich doch nochmal zum Zug. Bevor das fertig ist. Äh, ja. Checkt das aber gerne selber aus. Ich glaube nicht. Konstantis fällt schon seit Jahren zusammen. Die Leute verlassen die Stadt in Scharen. Die ganze Zeit habe ich auf der Müllhalde nach Antworten gesucht. Und der Bürgermeister hat nie jemanden geschickt, um nach der Ursache für die Knappheit zu suchen. Was ist an diesen Kristallen überhaupt so toll? In der Schule haben wir nie Kristalle gebraucht. Wie? Was ist mit deinen Edelsteinen? Beschwerer erben ihre Edelsteine. Sie erinnern uns an den Weg zu den Ahngeistern, wie ein Talisman. Ui, ich verstehe. Naja, diese ganze Stadt wird mit Kristallen betrieben. Die Aufzüge, die Bahnen, die Lampen. Der Verstärker, die Mikrofone, die Soundsysteme. Und je knapper die Kristalle werden, desto teurer werden sie. Deshalb ist meine Schwester immer so mies gelaunt. Sie will, dass ich wieder als Handwerker arbeite. Für sie ist Magie komplette Zeitverschwendung. Ich soll ihr lieber helfen, Geld zu verdienen. Ich dachte, wenn ich eine Antwort fände, könnte ich ihr zeigen, dass Magie auch nützlich sein kann. Das kannst du immer noch. Wenn du in Chalko nach dem Rechten sehen willst, dann bin ich dabei. Was mit deinen Eltern? Ich habe versprochen, dir bei der Suche zu helfen. Naja, wir wissen nur, dass sie weg sind, oder? Sie könnten überall sein, außer hier. Das klingt nach einem Abenteuer. Diese Improvisation gefällt mir. Ah, Moshang, da bist du ja. Ich brauche einen Magier für eine wichtige Aufgabe, und außer dir hat niemand Zeit. Ene hier. Ene. Hier hat eine schlimme Neuigkeit über die Kadaver gebracht. Meine Hähnenschwestern haben einige tiefe Löcher gefunden. Höhlenbrunnen. Sie wissen nicht genau, worum es sich handelt. Und die Tür ist versiegelt. Seltsam. Aber laut unseren Messungen gibt es darin Kadaver. Viel mehr als draußen auf dem Müllhalden. Viel, viel mehr. Wir vermuten, dass es noch weitere ähnliche Löcher gibt. Aber wo und warum? Was und wer? Hm. Aber es hört sich ja furchtbar an. Wozu brauchst du mich denn? Um der Sache auf den Grund zu gehen, natürlich. Die Konstanz-Magier können Löcher voller streitlustiger Schrotthaufen nicht einfach ignorieren. Ich würde es selbst erledigen, aber es gibt andere Dringe, um die ich mich kümmern muss. Spreche mit meiner Schwester Nja in Rotland. Sie weiß mehr als ich. Sie ist Expertin für Löcher. Okay. Wir sind also jetzt offiziell Detektive, nehme ich an. Ich wusste es. Ihr seid ein Megahead. Mal sehen, wo uns die Melodie als nächstes hinführt. Also haben wir nochmal einen Subquest bekommen. Mal gucken, wo der Bahnhof ist. Hier zum Beispiel. Der Bürgermeister hat uns einen Passierschirm für die Fahrt nach Chalco gegeben. Dann solltet ihr den nächsten Zug nicht verpassen. Das ist der letzte nach Chalco. Um genau zu sein, der letzte überhaupt. Er fährt mit unseren letzten Kristallreserven. Ich hoffe, der Bürgermeister weiß es. Wir sind soweit. Ist das eine Cutscene oder sind wir schon gleich in Chalco? Gucken wir, wie viel Aufwand sie sich gemacht haben. Hey, was ist denn jetzt los? Nein, der Zug ist zusammengebrochen. Oh no. Wenigstens gibt es hier keine Kadaver. Noch nicht. Ich habe sie gesehen. Sie waren hinter uns her. Ich hatte Angst, sie würden den Zug zum Entgleisen bringen. Der Zug hat keine Kristalle mehr. Keine Kristalle. Das heißt also, wir müssen den restlichen Weg zur Fuß gehen. Der konstante Rhythmus unserer Schritte wird uns ans Ziel führen. Doch noch nicht zu Ende. Und tatsächlich das Seenfeld. Eine Seite mitnehmen. Du hast das Seenfeld entdeckt. Hier sind ein paar Kochrezepte und Seiten für den Reiseführer. Ach, ich muss... Eigentlich muss ich... Ich müsste noch... Ich müsste das Lager voll sehen, um das Breath of Fire-Feeling zu haben. Ich will den Reiseführer. Was ist hier bis jetzt zu finden? Pizza Moya, Mango Pizza, Spiegelei. Rezepte. Aber ist jetzt ein richtiger Dungeon hier, ne? Ich gehe mal an den Gegnern vorbei. Krokus, wo meine Schwarfe... Ein paar Schlawafe zu zähmen, aber... Ach so, Schlawafe. Jetzt sind diese Wildschlawafen, die machen die ganze Arbeit kaputt. Sobald ich nicht kurz aufpasse, brechen sie aus dem Gehege... Sie ins Gehege an und lecken an meinen armen Schawafen. Okay. Habt ihr schon mal Schlawaf-Spucke gesehen? Die Wolle ist ruiniert. Treibst den Wildschlawafen aus, Schwein? Ihr wisst schon, was ich meine. Subquest. Die haben aber auch große Zungen. Holy shitballs. Die haben Schlawafe. Ja gut, dass man hier tatsächlich auch die Gegner sehen kann. Bären. Schnell dran vorbei. Ein Händler. Da, Raststätte. Geil. Ja, das will ich machen. Es gibt nichts über eine Mutzel Schlaf, um die Erfahrung des Tages zu verarbeiten. Und am Lagerfall kann man wunderbar kochen oder plaudern. Gute Ernährung ist wichtig. Ihr müsst essen, um stärker zu werden und es mit größeren Monstern aufnehmen zu können. Wo erwartet ihr? Geht zur Feuerstelle und macht Feuer. Es wird bald dunkel. Genau, kochen und essen. Zutaten eingesammelt oder gekauft zum Gasthaus. Maximale Lebenspunkte, also für Buffs. Also Lagerfeuer, den gibt es natürlich auch anders. Wobei, das Lagerfeuer, wie es hier ist, ist sehr Breath of Fire. Also Breath of Fire, ach, das ist so Breath of Fire hier. Ah, und das hier leveln wir auf am Lagerfeuer. Okay. Kochen. Hauptmenü öffnen. Wir haben leider nicht genug Zutaten. Ich gehe mal zum Händler kurz raus. Ah, ich kann aber leider nicht mit den Leuten reden hier. Ach doch, sie reden von alleine. Sterneinfassung, Pavillon, Tischkrone. Was machst du da? Das sind meine Visualisierungsübungen. So funktioniert also die Karsak-Magie. Ja, der Edelstein nimmt mich an dem mentalen Weg, den ich gehen muss, um einen Geist zu beschwören. Deine Geister stecken also nicht in diesen Steinen in deinem Schweif? Oh nein, wir wissen nie genau, wo sie sind. Meistens machen sie ein Nickerchen in einer gemütlichen Ecke irgendwo im Raum Zeitgefüge. Die Speos sollen einen Zufluchtsort bieten. Diese Orte sind für die Tradition der Karsaks von großer Bedeutung. Ich beneide dich, Sil. Mir sagen immer alle, dass Märkis nicht für Magie geschaffen sind, aber du warst dazu bestimmt, eine große Magierin zu werden. Dazu bestimmt? Da bin ich mir nicht so sicher. Als mir mein Großvater seinen Beschwörungsstein anvertraute, lag das nicht an meiner Begabung. Er hatte nur keine andere Wahl. Warum sagst du das? Also normalerweise ist mir bei Breath of Fire rumgelaufen und hat mit denen geredet, wo sich Karsak und Merki gute Nacht sagen. Ich will aber ein paar Zutaten. So, wie viel habe ich? Ich kaufe mal zwei weitere nötig für alle Rezepte. Das werde ich mir natürlich nicht leisten alle. Habe ich all mein Geld ausgegeben jetzt dafür? Zwei bestätigen. Ich hoffe, das reicht. Vielleicht hätte ich vorher mal ein Rezept gucken sollen. Ah, es reicht nicht. Schade. Da wir schon geplatscht haben, ist wahrscheinlich keine Cutschen jetzt hier mit dabei. Aber na gut, Autosave ist da passiert. Leute, lasst uns an dieser Stelle mal aussteigen. Checkt nach Möglichkeit Terra Memoria aus. Ist cool. Mir gefällt's. Ihr könnt ja entscheiden, ob's ein schöner Ersatz für Breath of Fire ist oder nicht. Schreibt's gerne in die Comments mit rein. Ansonsten bleibt hier auf rpghaven.de, checkt plauschengriff.de aus für Podcast-Version und supportet mich gerne patreon.com slash rpghaven und steadyhackgroup.com slash rpghaven. Mit eure Unterstützung kann ich solche Videos wie die hier machen. Und für die Leute, die es schon machen, sage ich extra Danke und Tschüss. Bis zum nächsten Mal, bevor mich die Gegner da wieder sehen. Bis dann. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.